Otto von Giericke wurde 1602 geboren und war ab 1646 Bürgermeister von Magdeburg. Giericke erfand die Luftpumpe und interessierte sich insbesondere für die Frage nach dem Wesen des Raumes und dem Wesen des Nichts. Sein Experiment mit den Magdeburger Halbkugeln erreichte große Berühmtheit. Er starb im Alter von 84 Jahren. Seit der Antike herrschte eine rege Diskussion, ob es das Vakuum überhaupt gibt. Auf der einen Seite stand die vorherrschende aristotelische Lehrmeinung, die das Konzept der Lehre entschieden ablehnte. Ihre Vertreter nahmen einen äthergefüllten Weltraum an. Die Annahme eines Nichts, einer Lücke in Gottes Schöpfung, bedeutete für sie eine indirekte Gotteslästerung. Die Natur würde danach streben, eine Lehre zu vermeiden. Sie hätte eine Abscheu vor ihr, einen sogenannten Horror-Vakui. Auf der anderen Seite standen die Vakuisten. Sie entwickelten die Vorstellung eines interstellaren Raums, den die Lehre bildet. Giericke knüpfte mit seiner Forschung an diese Auseinandersetzungen an. Während Descartes den Raum mit der Materie gleichsetzte und damit die Existenz eines leeren Raumes bestritt, wollte Giericke die Frage nach der Existenz des Vakuums experimentell klären. Dafür entwickelte er eine Kolben-Vakuumpumpe. Sie ist ein Bestandteil unseres Modells, das einer weiteren Versuchsanordnung Giericke nachempfunden ist, nämlich einem Luftgewehr, das mit Unterdruck arbeitet. Für diesen Versuch schrauben wir die Vakuumpumpe auf die Flasche. Während der Bewegung nach oben wird das Ventil geöffnet, bei der Bewegung nach unten geschlossen, um ein Ausströmen der Luft zu verhindern. Durch die Pumpe gelang es Giericke, einen Kupferkessel luftleer zu pumpen und nahezu ein Vakuum zu erzeugen. Als Giericke das Gewicht des luftgepfüllten Behälters mit dem des leergepumpten verglich, maß er einen deutlichen Unterschied. Damit zeigt sich, dass die Luft kein Nichts ist, sondern über ein messbares Gewicht verfügt. Giericke schlussfolgerte, dass dieser Luftdruck eine gewaltige Kraft ausübt. Diese Kraft wird an unserem Modell deutlich, wenn wir die Vakuumpumpe von der Flasche ab- und ein Gewehrrohr aufschrauben. Auf dessen verbreitertes Ende legen wir eine runde Gummikappe auf. In das andere Ende stecken wir einen hölzernen Bolzen als Projektil. Wenn wir nun den Hahn kurzzeitig öffnen, strömt Luft in das Rohr hinein. Der Luftdruck presst das Geschoss durch die gesamte Länge des Rohres und katapultiert es schließlich mit enormer Wucht hinaus. Giericke bewies seine Behauptung 1672 im Magdeburg öffentlichkeitswirksam damit, dass selbst 16 Pferde zwei luftleer gepumpte und mit Wachs sowie einem Lederriemen verschlossene Metallhalbkugeln nicht zu trennen vermochten. Erst als Luft durch ein Ventil in die leeren Behälter strömte, lösten sich diese voneinander. Der leere Raum im Inneren der Halbkugeln sollte dem entsprechen, was unser Universum erfüllte. Der Horror-Vacui war damit widerlegt. Die Vakuumerscheinungen wurden nun mit dem konkret berechenbaren Luftdruck als Folge der Anziehungskraft der Erde auf die Luft erklärt.